Jo, moin moin. So, heute gibt es mal wieder ein Product-Update, aber wir haben ja primär heute nur Titus-Stuff im Angebot und da haben wir ein paar neue Hoodies, da gibt es ein paar Farben, ein paar neue und wie gesagt, die zeige ich euch genau jetzt. Passend zur frostigen Jahreszeit haben wir natürlich auch ein paar warme Hoodies für euch am Start und dann geht es direkt los, haben wir zum ersten den Hooded Zipper von Tidos, der heißt Fraction und dann haben wir zum ersten einmal in grün Quarz, dieser hier, den gleichen haben wir auch nochmal in blau. Weiter geht es mit dem Sorti oder Sorti, wie auch immer, in grey modelt, in XL. Den gleichen gibt es auch nochmal in dieser Farb, Colorway. Weiter geht es mit Block heißt der Gude und den gibt es in schwarz wie gestreit, das Hooded Teil. Den gleichen gibt es auch nochmal in Black Petrol heißt die Farbe. Dieses. Und als letztes haben wir dann den Center Fold. So. Hier ist noch ein weißes Bändchen drin, passt ganz gut mit dem Druck. Das weiße Bändchen. Genau. Ja. Das war es soweit mit den Hoodies. Und das war es auch nicht nur so weiß, das war es komplett.